Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei unserem Swiss German Online Podcast. Ich bin Katrin und zusammen mit Nadia tauchen wir in die faszinierende Welt der Schweizer Dialekte ein. Unsere Dialekte, die in den verschiedenen Regionen von unserem wunderschönen Land gebraucht werden, sind unglaublich reichhaltig. Vom Zürich über den Berner Dialekt, vom Wallis bis in die Ostschweiz, die Vielfalt ist faszinierend. Dieser Text und die Fragen am Schluss sollen uns in der Konversationsgruppe zu einem interessanten Gespräch anregen. Wenn du auch dein Schweizerdeutsch möchtest erweitern und mit Leuten aus den verschiedensten Himmelsrichtungen üben, dann bist du bei uns goldrichtig. Melde dich noch heute an, dass du am Montagabend am Viertel ab 8 Uhr dabei sein kannst. Viel Spass und bis bald! Wie sagt man denn jetzt dem Ding richtig? Jedes Kind hat es gern und auch viele Erwachsenen. Wir finden es auf jedem Kinderspielplatz. Und wir hatten auch eine im Garten. Man schwingt damit hin und her. In meinem Dialekt, in der Ostschweiz, in Schaffhausen, sagen wir dem Ding Gireizle oder Gireizli. Aber wenn man das einem Berner oder einem Zentralschweizer sagt, versteht er es wahrscheinlich gar nicht. In Bern sagt man nämlich Riti Plampi und in der Zentralschweiz Riti Seili. Genau. Schweizerdeutsch weicht nicht nur vom Hochdeutsch ab, sondern innerhalb der Schweiz haben wir auch noch verschiedene Dialekte und man braucht verschiedene Wörter fürs Gleiche. Ein bekanntes Wort ist Anke. Oder auch Anke oder Aichu. Das Wort wird sogar im Duden erwähnt. Aber Anke sagt man in meiner Region, der Ostschweiz und auch in Zürich nicht. Sondern fast wie jeder Deutsche, die Butter. Aber diese Butter ist bei uns maskulin. Vielleicht ist bei uns auch mal Anke verwendet und dann irgendwann vom neueren Wort Butter verdrängt worden. Im November gibt es in Bern immer den bekannten Zibbelen-Märit. Und in Schaffhausen haben wir eine gastronomische Spezialität, die Böle-Düne. Im Westen der Deutschschweiz sagt man dem Gemüse eben Zibbelen, Zübelen. Und in der Ostschweiz Böle, Böle oder Böle. Dünne ist in Zürich ein Weih. Und in anderen Regionen ein Küchen, Fladen oder Tüle. Übersetzt ein flacher Blechkuchen mit Teigboden und einem Belag aus Früchten, Gemüse oder Käse und einem Milch-Ei-Guss. Hochdeutsche Kartoffeln sind bei uns Herdöpfeln. Als ob das nicht schon genug vom Hochdeutsch wird abweichen. Aber was, wenn ich euch sage, dass wir in denen in der Zentralschweiz Aber was, wenn ich euch sage, dass wir in denen in der Zentralschweiz Gummeli und in vereinzelten Regionen auch Häbeli oder Häppere sagt? Fast jeder versteht den Ausdruck Estrich in der Schweiz. So sagt man auch die Schaffhausen. Aber es gibt noch ganz viele andere Wörter dafür in der Schweiz. Nämlich Bühne, Tilli, Schluff, Reiti, Schütti, Gade, Laube, Solder, Winde oder Unterdach. In Basel haben sie auch sehr eigene und spezielle Ausdrücke. Wie zum Beispiel Parabli, das ist ein Regenschirm. Ziemlich sicher abgeleitet vom französischen Parabli. Zudem haben sie in Basel noch viele eigene Ausdrücke für die Fasnacht. Wie Plagette, also Fasnachtsabzeichen. Larve, das heisst Gesichtsmaske. Oder Räppli, das sind Konfetti. Dann wird es noch spezifischer. Innerhalb von Schaffhausen haben wir sogar verschiedene Dialekte. Zum Beispiel gibt es einen bekannten Spruch von Schlaten. Das heisst Schleitheim. Eine Zahne voll sapfen, die Lateren durchabschlapfen. Was so viel heisst wie Eine Zähne voll seifen, die Lateren abschleiken. Wenn du Schmutz überkommst, ist das nichts Grusiges. Das ist das Gleiche wie das Berner München. Für Kuss oder eben auch Kuss. Wir Schweizer sind Sprachtalente, nicht? Nein, ihr müsst jetzt nicht meinen, dass ich all diese Wörter verstehe. Viele sind mir überhaupt nicht geläufig. Und es gibt eine Tendenz, dass ganz spezifische Ausdrücke langsam verschwinden und mehr unterschweizerische Wörter oder sogar Anglizismen Platz machen. Meine Grossmutter hat zum Beispiel dem Hosen-Sack noch Bumper gesagt. Aber wer braucht das heute noch? Die meisten Bedeutungen kann man aus dem Kontext erraten. Aber sonst gibt es auch Situationen, wo wir Schweizer einander veränzelte Wörter erklären müssen. Wenn du also etwas nicht verstehst, dann frage einfach. Es fällt dir dabei kein Stein aus der Krone. Und du? Hast du schon einmal einen speziellen Ausdruck eines Dialekts gehört? Kannst du die verschiedenen Dialekte unterscheiden? Verstehst du alle Dialekte? Wie sagt man den Schaukeln dort, wo du wohnst oder gewohnt hast? Wie sagt man den Zibbeln? Sehst du Anken oder Butter? Hast du schon einmal einen Weih oder einen Dünnen probiert? Welchen hast du am liebsten? Bist du auch schon an der Basler Fasnacht gewesen und hast irgendein spezielles Wort aufgeschnappt? Könntest du andere sehr spezifische regionale Traditionen? Welches ist dein Lieblingsdialekt? Welches schweizerdeutsche Wort ist dein Lieblingswort? Findest du, wir sollten unsere alten Dialektausdrücke pflegen? So, das wäre es gewesen für heute von Swiss German Online. Ich danke dir fürs dabei sein, fürs zuhören und wünsche dir eine gute Zeit. Bis am Montag am Abend im VIP-Kurs mit mir oder in der Konversationsgruppe mit Nadja. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.